Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Führer, die 12. Armee verschirbt nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee bekehrt machen! Dann entblüßen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht!